Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer neuen Waldhagen-Folge GTA Online. Wir müssen jetzt vier LKWs sind das. Oh, vier. Brauchen wir definitiv zwei Autos. So, ich nehme... Ja, prügelt du dich erst mal. Ich nehme erst mal den, der ganz rechts auf der Karte ist, also den, der ganz außen ist. Ich nehme den, der ganz links ist. Also ganz weit oben eigentlich auf der Minimap. Oh, oh shit. What's happening? Na ja, da fahre ich hin. Jetzt. Ich habe doch gesagt, ich nehme den, der auf der Map ganz außen ist. Den wollte ich gar nicht. Du hast deinen geklickt. Ich wollte den gar nicht. Warum habe ich denn jetzt den Punkt? Hä? Ich wollte den eigentlich mitten in... Mit dich. Hä? Du hast den ganz rechts, äh, ganz links hast du gesagt. Nein, nein, nein. Ich dachte, weil mein Punkt in der Nähe von dem gesetzt ist. Dabei ist das dein Punkt. Ich hatte meinen Punkt... Dabei. Dabei. Ich hatte eigentlich meinen Punkt vorher gesetzt, auf den, und ich dachte, es wäre der. Dadurch, dass ich halt gefahren bin, hat er sich dahin bewegt. Nee, ich fahre jetzt zu dem anderen. Aber ich fahre diese Strecke in die Stadt. Ich kann keinen persönlichen, äh, Dingerns mehr setzen. Und machen, was ich will. Das geht manchmal nicht. Warte mal, wo ist eigentlich der andere? Der fährt hier in den Bergen rum. Der in den Bergen wäre ganz wichtig, weil die anderen Dinge sind alle auf einem Haufen. Die sind nicht schwer. Naja, ich fahre jetzt die Berge hoch. Gut. Ich fahre jetzt die Berge hoch. Voll. Was hast du gemacht? Warum geht der denn nicht kaputt? Er muss mehrmals drauf schießen, komischerweise. Das war doch bei der letzten Mal, wo wir eine ähnliche Mission mit diesen komischen Autos gemacht haben. Genau so. Ich glaube, das war das gleiche, also hier auch schon mal einmal so. Ja, meinst du? Mein Gott. So, als nächstes, der da, der fährt er mich auf mich zu. Warum habe ich denn jetzt einen kaputten Reifen? Boah, das nervt mich schon wieder. Ja, ist klar. Was denn? Ich habe eine Rakete auf die Tür auf die Tür auf die Tür auf und die ballern mir mit einer Kugel voll ins Gesicht. Was denn scheiße? Ich habe einen Lenkraketenkörper drauf geschossen und der ist nicht explodiert. Direkt voll auf dem Motorblock. Jetzt habe ich einen anderen Spieler dabei, ey. Echt? Dabei. Glaube ich. Der versucht, den Wagen, den LKW zu beschützen. Ja, das ist seine Mission. Die victorischen Spieler haben ja die Mission. Ja, stimmt. Der war wohl den langsamsten Wagen, den man sich vorstellen kann. Was ist passiert? ich habe ihn seine weggeschossen toll man kann ja die autos gar nicht anvisieren was für ein scheiß ja ich bin tot alles klar wollte ich auf der autobahn überfahren die haben gerade aus meiner hand meine haftbomben zerstört streng mich mal an alter streng mich an welchen hast du noch oder auf welchen gehst du ich gehe auf den der direkt in meiner nähe ist immer noch der der in den bergen war als erstes okay dann nehme ich den anderen macht sinn ja macht sinn was denn hatte ich der andere gekillt ja der mit dem heli sein heli ist kaputt ja ist klar alter ich bin ein millimeter hinter dem fahrzeug und auf einmal kriege ich voll die fresse und ich spanne immer am arsch der welt wohl kein auto in der nähe ist ja das war bei mir bis eben genauso jetzt überfährt er mich auch noch wo bist du ich fahre hier immer nach dem lkw hinterher ich komme gleich alter das gibt's doch nicht was machst du denn ja die scheiß mpcs mann was das für du bombshell scheiß gibt's doch nicht alter geht doch jetzt kommen schnell zu mir er mache ich gerade der lieferwagen hier gehört glaube ich ja jetzt mal wegpunkt bitte kein wegpunkt setzen weil ich bin mitten im fight also ich glaube ich hab's aber ich habe den typen der den beschützt hat gekillt ja hab ich gerade gesehen war bei mir gerade aus ja habe ich vorher nicht überfährt mich ein lkw auf der autobahn das auto auto es wird fährt das auto auf der autobahn ja wenn kotzen glaube ich dir bei den richtung stadt oder von der stadt weg von der stadt weg scheiße und der typ ist wieder da und beschützt den natürlich ja und hier sind die anderen mit jet ja kannst du mir eventuell ansagen alter scheiß mpcs man ich hasse dieses spiel und seine scheiß npcs was soll ich dir ansagen ja wo der und etwa ist aber ist keine ahnung irgendwo auf der autobahn dahinter ich habe kein auto gekriegt und dann werde ich die ganze zeit abgeschossen von einem typen ja alles gut ihr musste ich leider erst mal ja ich habe es gesehen dass der den jet hatte weil ich bin ja er fährt auf der autobahn meter hinter dir ja den kriegt man nicht mehr glaube ich wenn du vollgas gibst könnten wir es vielleicht nur schaffen ja vollgas mit dem wagen ist nicht viel fahr 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 einfach ja ich gebe gas wird schwer werden wo ist denn der ungefähr auf der autobahn keine ahnung denke mal nicht allzu weit weg das wäre nicht frontal im tunnel vielleicht ende des tunnels vielleicht schaffen wir es doch noch aber da ist halt einer ne ich bin tot hat er dich gekillt nein die haben meine haft er hat meine haftbombe zerstört das geile ist der lkw fährt jetzt auf mich zu das heißt ich kann dem jetzt gleich legt dem annäherrung mach bitte was mach was mich hat ein lkw umgefahren jawohl alter 17.000 gekriegt voll voll irgendwas keine ahnung hat er geschrieben der night kid halt doch mal die schnauze mit deinem scheiß handy ja ehrlich willst du schießen und kannst die waffe nicht wechseln weil der irgendetwas die die ganze zeit anruft genau so war das gerade bei mir auch wichser hast du mich hast dich mit dem falschen angelegt haha aber jetzt ist er über uns sein kumpel mit dem jet ist da und hat sich kaputt gefahren hat er jetzt schon zum dritten mal geschaffen hat er war geil Ich habe ihn erledigt. Ja, ich habe auch auf ihn geschossen. Der steht schon wieder da. Headshot. Der kann auch mal Arschlöcher sein. Der ist jetzt im Passivmodus. Achso, ich werde ja von der Polizei verfolgt. Echt? Ich auch. Komm. Warte. Kannst du ihn nicht töten. Ich weiß aber, ich will nicht, dass er ein Fahrzeug kriegt. So, meine lieben Freunde. Wieder 17 Minuten unserer schönen Zeit mit euch geteilt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschödelü. Tschö.